hallo ihr lieben herzlich willkommen in meine torten und kuchenwelt heute habe ich einen leckeren cremigen bananen kuchen rezept für euch mit löffel bis gut ohne zu backen die kuchen rezepte sind wirklich meine favoriten das geht schnell ist super lecker ihr braucht nicht zu viel zeit zu verschwenden in der küche und kommen wir dann auch gleich zu den zutaten dazu ich habe zwei packungen löffel bis gut und eine platte welches ich mit frischhaltefolie überzogen habe dann brauchen wir bananensaft die löffel bis güts werden in bananensaft eingeweicht und in zwei reich auf den servierteller gegeben ihr könnt die löffel bis güts auch in milch einweichen aber dadurch dass sich den kuchen mit bananen vorbereitet finde ich dass der bananensaft geschmacklich besser dazu passt wie viel löffel bis geht ihr benötigt ist natürlich davon abhängig wie groß euer servierteller ist jetzt werden die löffel bis güts mit frisch schaltefolie abgedeckt und für zwei bis drei stunden in den kühlschrank gestellt für die creme benötigen wir zwei packungen mascarpone 300 milliliter schlagsahne eine packung man zwei päckchen sahne steif so ungefähr 100 gramm puderzucker und ich habe dann zusätzlich für die creme noch 100 milliliter bananensaft genommen dadurch dass der saft sowieso süß ist habe ich jetzt nur 100 gramm puderzucker genommen aber ihr könnt das natürlich nach eurem geschmack auch abschmecken ich habe jetzt alle zutaten in eine rührschüssel hinein gegeben und mit einem mixer geschlagen und zwischendurch habe ich den sahne steif hinein gegeben und den bananensaft da ich die creme mit dem bananensaft spontan selber erfunden habe wusste ich nicht genau wie viel ich davon nehmen kann ich habe es dann immer nach und nach hinein gegeben ich wollte nicht dass die creme nach hier nicht fest wird aber 100 milliliter waren passen jetzt habe ich noch ein bisschen schokotropfen hinein gegeben und vermische das ganze um ihr sieht dass die creme sehr schön fest geworden ist zwischendurch habe ich die creme probiert um zu gucken ob etwas fehlt und habe mich dann entschlossen so ungefähr ein teelöffel stromensaft hinein zu geben ihr könnt natürlich auch orangensaft nehmen und ich finde dass der stromensaft das ganze vervollständigt hat das war richtig fruchtig und sahnig und wir brauchen richtig reife bananen ich habe zwar drei genommen aber zwei reichen auch völlig aus die löffel bisküts habe ich jetzt aus dem kühlschrank rausgenommen die creme kommt darüber und wird dann glatt gestrichen und dann werden die ganzen bananen auf eine seite platziert was so viel ist könnt ihr abschneiden dann werden die löffel bisküts mit der frischhaltefolie mit der banane einmal umgeklappt und für zwei bis drei stunden in den kühlschrank gestellt ihr könnt auch über nacht in kühlschrank lassen ich habe den kuchen über nacht im kühlschrank gelassen und nächsten tag mit reichlich puder bestreut dann habe ich zusätzlich noch sahne geschlagen ein bisschen kakao hinein gegeben und den kuchen mit der sahne dekoriert und ganz zum schluss habe ich dann mit bananen chips dekoriert ich finde das passt auch super zu dem kuchen ich würde euch nicht empfehlen frische bananen zu nehmen denn die werden sehr schnell braun ich habe den kuchen für euch angeschnitten den kann man sehr schön schneiden und die creme ist richtig fest und lecker geworden das ist auch ein kuchen rezept welches ich euch mit ruhigen gewissen weiterempfehlen kann probiert das unbedingt aus kann ich nur sagen ich hoffe natürlich dass euch solche rezepte gefallen und sage tschüss bis zum nächsten video